Was? Ich denk hier aber wir fahren dieses Jahr Space Mountains. Ja, ja! Der ist auch mit dem geniegt, ja. Eingepackt durch den Mittelschöss. Ich muss sagen, das ist ist eine ganz schöne Strecke. Jetzt kommen wir in unseren Bereich langsam rein. Der Tunnel hat nicht geändert, sieht ausgebaut und in die Lampen sind anders. Cool. Hat was. Jetzt haben wir noch einen Haufen Steine hier drin. Die müsste ich jetzt mal zur Schmiede bringen. Ins Lagersystem besser gesagt. Cool. Es hat irgendwie was. Es hat was von Technik. Cool. Finde ich gut. So. Ein Haufen Erde. Kalkstein. Kalkstein. Ptolemyth komatit. Minium. Das kann ja mit rein. Kalkstein. So. So. Zu den letzten Rest ab. Da habe ich es auch angekommen. Ja. Und wie findest du das System? Klasse. Klasse. So. So. Gucken zum Lagersystem. Dann mal ein paar Lohren bauen. Kalkstein. Und eine werde ich bei mir immer ins System reinpacken, glaube ich. Meine Tragetasche. Kann vielleicht nicht verkehrt sein. Das stimmt. Idee. Gut. Eine packe ich in meinen roten Rucksack rein. Da ist da was zu fressen drin, da ist Werkzeug drin, da ist jetzt eine Lore drin. Ich glaube, das ist gut. Jetzt bauen wir noch ein paar Lohren. Das Lagersystem arbeitet. Jetzt brauchen wir glaube ich nur 5 Eisen. Kann das sein? Gucken wir mal. Was können wir bauen? Easy crafting. Noch eine Lore. Komm mal. 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 Oh. Noch eine Lore. Komm mal. es gäbe okay dann fahr ich jetzt mal der schmerzsport an der strecke zum torben der wacht als teils ich habe noch ich habe einmal den torben der wacht und ich arbeite ja noch an einem zweiten haupteingang da habe ich jetzt erst mal so gedacht ja das endlich wahrscheinlich schneller irgendwie hin bin ich da erstmal aber zumindest steht die also die tunnelverbindung ist schon mal da das ist die halbe miete das ist doch nicht verkehrt und schauen wie der riss zukommt du könntest die strecke auch mit deinem derzeit haltepunkt auch verbinden und nimmst dann eine retz eine antriebsschiene ohne redstone da wirkt die als bremse bleibt sie dort stehen als zwischenhalt das kann man doch mal machen ist die strecke nach sie husa frei ich bin da jedenfalls nicht ich fahre jetzt mal ich fahre jetzt mal hier sieht es ja fast so aus wie diese röhrer bei captain galactica wo die raumiga rausgeschossen das war genial bestimmt die weibers war dann das mal herrlich das man zeit ja und paar munde her 3 das genick wiederum Da mehr des Prümmels, Brücken. Was das jetzt begehrt. Genau. Feuerchen. Feuerchen haben wir auch in der Schlucht. Das war der Prellbock. Aua. So. Ich habe mal so ein paar Lohren gebaut. Die packe ich hier mal so hin. Zur freien Verfügung. Wo ist der Schmärsch genau? Dann sieht die nicht. Dann kann ich das beschreiben. Den Weg kennst du aber lässt sich schnell beschreiben. Am Tor in der Wacht. Bist du in Seehusa? Ja. Soll ich dich kurz abholen oder wollen wir dann erst zum Coolman? Oder? Können wir erst zum Coolman? Wollen wir fahren oder teleportieren? Ich bin für fahren. Ich fahre schon mal vorweg zum Coolman. Woll. Ich kann ja auf euch hier erstmal kurz warten. Ich nehme jetzt mal eine Lorie aus dem Rucksack. Wollen wir es mal wegbringen dann? Ja, Schoki teleportiert sich. Interessant. Wolltest du mit der Bahn zum Coolman? Ja, ich will mal mit der Bahn mal fahren. Ja, mach ich auch. So, Schoki sehe ich schon mal. Soll ich gerade nichts zu tun haben, fahre ich mal mit der Lore mal zum Schmärsch. Ja. Soll ich erstmal losfahren. Der Nachteil ist noch nur, dass ich die Lautstärke noch nicht so reguliert habe. Wenn ich dann gleich losfahre, kann ich euch leider nicht mehr hören. Ja, das ist ziemlich lautes Geräusch, das ist wahr. Juhu. So. Juhu. 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 So. Schnell das Ding abbauen. Juhu. 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 Bis gleich. Jouh. Hast du die mitgenommen? Ss egal. Ich hab's noch. Achja. Schade. Ja, packe sie. Ja, man muss mit dem Abstand halten. packte sie hier eine truhe rein dann geht das ich fahre schon mal zum coolman vor ok guck mal bis sich die ankommen sehen dann fahre ich los naja ist noch 8 da kann er jetzt hat er jetzt kommt da okay ich weiß los zum coolman ich hoffe die stecke ist frei wenn du bist du schon auf der strecke weil ich kann dich hier doch sehen du stehst eigentlich noch hier am bahnhof ich bin aber schon weiter das typische bild bei der bahn die leute stehen am bahn und fahren das ist jetzt normal gut los geht das klingt weil du in den shank reingekommen bist da war ich noch da aber normal mein shank ist schon weiter ja 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 das ist ne denn So machen. So können, perfekt da. Oh, ein Lavafluss. Wie komme ich denn jetzt im Aufzug auf dieser grünen Fläche? Kann man einfach nur draufstellen, ob da Quatsch ist noch drin. Oder nicht? Ja. Schmerz sehe ich nicht. Ja. Nur noch eine Frage von... Schöne Drecke hier. Ich kann euch zwar nicht hören, aber... Nur etwas... So, gleich bin ich auf der Strecke. So, jetzt die... ...abbauen. Jetzt packen wir die Truhe hier rein. Fünfter Stock, Damenunterwäsche. Ach, endlich. So, cool, Mann. Upp. Ei. So. Wo ist der Schmerz? Ich sehe ihn nicht. So, durch den Schacht. Jetzt kommt er hoch. Oh, nee. Jeder war lang da hier. Die ist über Feuerchen. Dann wieder weg. Cool. Das ist nichts für alte Zwerge hier. Aber auch nichts für Schokis hier. Für Zwerge. Boah, wenn du da runterfällst, da Feuerchen. Was für eins. Hier gibt's Kühe. So, also ich bin oben. Wo seid ihr? Boah, ne, ich guck mich hier raus. So, mit Steuerung und sowas. Steuung nach vorne. Meine Güte. Das ist ein Planetarium. Klasse. Sieht gut aus. Cool. Gefällt mir. So. Oha. 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 Ja, so ist das. Hat da wenig Freizeit. Ah, ja, alles klar. Bonjour. Ach, hast du dich so viel Freizeit. Oha. 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 Wirinken hier zusammen mitradarbeiten. Cool, haben wir hier die MehlÖ Ach, doch in der letzten Folge, da war doch hier so eine Riesengrube ausgehoben. hier okay oh ja das kenne ich das weiß ich was immer alles ja kann man machen ja einen schönen aufguss machen hier schön so cool da haben wir hier gebaut geil super sieht heiß aus das verdient darf es nur nicht irgendwo hier runterfallen oder so alle achtung jetzt alle achtung alle acht okay dass sich runterfallen bist du tot immer schön mit sich auf dem weg bleiben der hängt etwas länger hier klasse und beauty näher so skirt dazu es muss sein hallo sie wollen sie ordentlich verpflegt klasse um frage ups ok immer schön artig sein immer für ein sauberstab so einen großen habe ich nicht der hat grüne augen hat er das schon immer grüne augen gehabt glaube draußen ist schlecht wetter also hier möchte ich nicht so viel rumtoren ich habe das gefühl wenn ich jetzt zu sehr rumspringen lande ich in der lava wenn ich dann ja nur ein wenig klar na klar und ich möchte gerne wirklich mal gibt es herz auch nur ein bisschen wir wissen es ja ich glaube ich glaube ich ja ja bis man da oben nicht schlecht holler die waldfee dann hier die lava noch darf sie nicht als zu seiner wand lehnen ist vorbei kompliment jungs super gemacht klasse ja das glaube ich dass er für zwei hohen braucht nicht schlecht nach muss man von oben einfüllen die ganzen sachen ich sehe ich bin mit taugendkraft sind wir noch ganz weit hinten auch war ja klasse alle achtung dieser film eigentlich muss wir müssen auch mit taugendkraft auch ein bisschen weitermachen gehen wir ein nether ok was kommt jetzt ich gehe jetzt bei den nether haben jetzt ein haus am see gebaut ja noch sieht nicht groß anders aus ein wenig gefahr ja ein bisschen nur sieht man eigentlich gar nicht wenn man kurz was essen zuvor hat sich ruhig gemacht ich muss immer ein bisschen stehen kann hinterher los hier war meine festung ok das erklärt einiges blumenkarton 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 ok danke ja wir haben wir schon aufgeräumt will ich mal sagen so ein bisschen einfach ein quart fahren ist immer gut nur aufpassen wo lavatropfen sind möge die macht mit dir sein die höllenkanone da ist natürlich ein tunnelbau ganz einfach das schaffte ruckzuck ansetzen bohren lassen fertig ich fasse es ja nicht müssen unbedingt weitermachen und sowas sieht nur echt irre einfach nur irre geht noch nicht darum wo ist der gast sehen gar nicht da düste er rum ok gut er ist hier irgendwo gerade oben da oben ist er wo ist denn oben sehe ich nicht weg sie hing gar nicht in der kleine wo ist diese kleine quale wo ich das bienenstock ja ich kümmere mich heute um unsere bienen ich bin es nicht der vereinzelt sind das so so blutstropfen die von oben runter warum hast du jetzt abgebaut deshalb haben können hallo jetzt haben wir nun staub kriegen können du sagst ja kaputt machen du musst dich alles kaputt machen war ja wieder klar ich musste mit happy und cool mit ausmachen das säge abgebaut hast ich halte mich daraus alles gut okay fand so schade das ist fleisch was hier runter tropft weil es hier irgendwo schmilzt hier ist schon einer gekrepelt hier oben hier ist ein kreuz zielgenauigkeit von hier bis sonst wo ich war es dieser bohrer ist genial ich ich habe keine pfeile mehr ich habe keine pfeile mehr das ist ja toll ich habe ja ich muss mir wieder pfeile machen ich habe keine pfeile mehr ganz schlecht das ist ja schön ja trotzdem keine pfeile ich brauche unbedingt pfeile die aus wo ist der schmärsch nach der tor dahinter um irgendwo hinten rum ich habe keine feine mehr ganz ganz schlecht und hier ist ein kreuz nicht maria hier ist noch ein bisschen quatsch das würde ich gerne mal mitnehmen der schmärsch ist irgendwo unter uns kann er sein ich grabe nix an lustig oder hier ist ein grab stein gekrepelt hier goldnackes bekommen sind die verkehrt